Verbesserung des Leistungsfaktors, Entwicklung einer Formel zur direkten Berechnung der Kapazität. Die Aufgabenstellung ist jetzt so, dass wir nicht von einer Parallel-, sondern von einer Reihenschaltung ausgehen. Wir haben hier also RL in Reihe und wir wollen jetzt den Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,9 verbessern, indem wir eine Kapazität jetzt nicht parallel, sondern in Reihe schalten. Ich versuche euch das möglichst anschaulich zu erklären. Bis zu dieser gestrichenen Linie betrachten wir eigentlich nur diese Schaltung. Ich habe hier Leistungs-, Widerstands- und Spannungsdreieck nochmal ergänzt. UL. Die Spannung an der Induktivität berechnet sich mit I1 mal XL, dem induktiven Blindwiderstand. Also UL gleich I1 mal XL. Wir stellen nach XL um, dann haben wir UL durch I1. Sinus 4,1 ist UL durch U. Nach UL umgestellt haben wir U mal Sinus 4,1. Dann können wir XL mit diesem Ausdruck ersetzen. Jetzt schauen wir uns das für R an. Nach dem Pythagoras ist ja Z1² gleich R² plus XL². R ist also Wurzel aus Z1² minus XL². Z1 ist U durch I1. XL ersetzen wir mit diesem Ausdruck. U durch I1 in Klammern zum Quadrat, kommt in beiden Ausdrucken hier vor. Wir können das also mit U durch I1 vor die Wurzel ziehen. Und dann haben wir unter der Wurzel 1 minus Sinus Quadrat 4,1. Nach der Winkelfunktion ist Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat 4,1 posinus 4,1. Nun betrachten wir diese Schaltung. Also durch Zuschalten dieses Konsensators erhalten wir hier ein anderes Widerstandsdreieck. In dem gilt Z2² gleich R² plus in Klammern XL minus XC. Das ist hier diese Strecke zum Quadrat. Wenn wir diese Formel nach XC umstellen, erhalten wir diese Gleichung. Das erläutere ich hier unten nochmal, wie man auf die Gleichung kommt. Jetzt können wir XL mit U mal Sinus 4,1 durch I1 ersetzen. Z2 ist U durch I2, also Z2² ist U durch I2². Und R ersetzen wir mit diesem Ausdruck. Als nächstes schauen wir uns an, was I1 ist. Da gehen wir in dieses Leistungsreieck hier oben nochmal. Cosinus von Phi1 ist Ankathete durch Hypotenuse, also P durch S1. Und S1 ist ja I1 mal U. Also haben wir P durch U mal I1. Wenn wir diese Formel nach I1 umstellen, haben wir I1 gleich P durch U mal Cosinus 4,1. Das habe ich hier ersetzt. Wir dividieren durch einen Bruch, indem wir mit seinem Kehrwert multiplizieren. Dann erhalten wir U durch I1 gleich U² mal Cosinus 4,1 durch P. U durch I2, da verändert sich schließlich der Cosinus mit Cosinus Phi2. Wenn wir nun U durch I1 und U durch I2 mit diesen Formeln hier ersetzen, erhalten wir diesen Ausdruck. Hier kommt ja U² durch P unter der Wurzel vor. Und hier kommt auch U² durch P vor. Das heißt, wir können U² durch P hier vor die Wurzel ziehen und dann ausklammern. Und dann haben wir diesen Ausdruck. Hier habe ich Sinus und Cosinus nur vertauscht. Und unter der Wurzel haben wir dann Cosinus² Phi2. Und hier haben wir Cosinus Phi1 mal Cosinus Phi1. Das ist Cosinus² Phi. Und das quadriert ist Cosinus hoch 4 Phi1. Jetzt ersetzen wir nochmal mit unserer Winkelfunktion Sinus Phi1 mit Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat Phi1. Und dann sind wir fast am Ziel. Wir stellen Xc ist ja 1 durch 2Pfc. Wir tauschen Xc und C aus. Und dann haben wir diese Formel. In der kommt ja dieses Xc wieder vor. Und da setzen wir diesen Ausdruck ein. Und dann sind wir am Ziel. Wir können die bekannten Werte in die Formel einsetzen. Für F setzen wir 50 Hertz ein. Für U 230 Volt. Für P 3000 Watt. Für Cosinus Phi1 0,6. Cosinus Phi1 Quadrat 0,6 Quadrat. Cosinus Phi2 zum Quadrat ist 0,9 Quadrat. Cosinus hoch 4 von Phi1 ist 0,6 hoch 4. Und damit ergibt sich hier 138,34 Mykofarad. Für diesen Kondensator zur Verbesserung des Leistungsfaktors. Dann zeige ich euch auch nochmal, wie man auf diese Formel kommt. Also wenn man hier nach Xc umstellt. Hier erkennt man, dass das die zweite binomische Formel ist. Das ist dieser Ausdruck. Also XL minus Xc zum Quadrat ist XL Quadrat minus 2Xlc plus Xc Quadrat. Wir sortieren jetzt nach Xc und erhalten diesen Ausdruck. Und das ist ja eine quadratische Gleichung. Wir können mit der PQ-Formel jetzt Xc bestimmen. Das wäre P und das Q. Also wir erhalten Xc als 2 gleich XL plus minus Wurzel aus XL Quadrat minus Q. Also diesem Ausdruck. Wenn wir die Klammer hier weglassen, drehen sich die Vorzeichen um und wir erhalten diesen Ausdruck. Da sehen wir, dass XL Quadrat entfällt. Und dann erhalten wir tatsächlich diese Gleichung, mit der wir hier auch gearbeitet haben. Lies aus den nebenstehenden Funktionsgrafen die Amplitude von Stromspannung, den Phasenverschiebungswinkel und die Periodendauer. Die Amplitude der Gesamtspannung ist hier 8 Volt. U-Dach ist 8 Volt. I-Dach, die Amplitude des Stroms, sind 2,4 Ampere. Die Periodendauer T ist 20 Millisekunden und die Zeit, um die diese Kurve verschoben ist, ist 2 Millisekunden. Daraus können wir dann den Phasenverschiebungswinkel ausrechnen. 20 Millisekunden entspricht 360 Grad, 2 Millisekunden dem Phasenwinkel Phi. Phi, also die Unbekannter, gleich Größe über Phi kommt auf den Bruchstrich 360 Grad, mal 2 Millisekunden durch 20 Millisekunden und das ergibt 36 Grad. Also U-Dach 8 Volt, I-Dach 2,4 Ampere, der Phasenwinkel Phi 36 Grad, Periodendauer T 20 Millisekunden. Wir suchen jetzt den Effektivwert der Gesamtspannung. Den rechnet man aus, indem man U-Dach durch Wurzel 2 dividiert. Dann erhalten wir 5,67 Volt als Effektivwert der Gesamtspannung. I, der Effektivwert des Stromes, berechnet sich mit I-Dach durch Wurzel 2, also 2,4 Ampere durch Wurzel 2 und das ergibt 1,7 Ampere. Mit den Effektivwerten der Gesamtspannung und des Stroms lässt sich die Scheinleistung ausrechnen. S gleich U mal I. Wir setzen für U und I die errechneten Werte ein und erhalten eine Scheinleistung von 9,64 Volt Ampere. Die Frequenz ist der K-Wert der Periodendauer. F gleich 1 durch T. Für T setzen wir 20 mal 10 hoch minus 3 Sekunden ein und erhalten 50 Hertz. Q-Sinus Phi. Wir kennen ja den Winkel Phi mit 36 Grad. Damit haben wir Q-Sinus von 36 Grad und das ergibt 0,809. Das ist der Wirkfaktor. Q-Sinus Phi können wir aber auch hier in dem Leistungsdreieck bestimmen. Q-Sinus Phi ist Ankathete durch Hypotenuse P durch S. Wir suchen ja P. Wir stellen die Formel nach P um, indem wir mit S multiplizieren. P gleich S mal Q-Sinus Phi. Und erhalten nach Einsetzung der bekannten Werte 7,8 Watt für die Wirkleistung. Mit Sinus Phi können wir QL ausrechnen, die induktive Blindleistung. Sinus Phi ist QL durch S. Wir stellen nach QL um und erhalten QL gleich S mal Sinus Phi. Wir setzen für S den berechnenden Wert ein und erhalten 5,67 Volt Ampere reaktiv. Wir schauen uns jetzt nochmal das untere Bild an. Die Periodendauer ist hier mit 20 Millisekunden eingetragen. Und zusätzlich, das ist die Leistung, wenn wir die Momentanwerte von Strom und Spannung multiplizieren, dann kriegen wir hier die Scheinleistung, die Blindleistung haben wir hier, die Wirkleistung hier und die Scheinleistung ist diese Kurve. Um den Leistungsfaktor auf 0,9 zu verbessern, wird ein Kondensator in Reihe geschaltet. Also wir haben dann noch hier ein Kondensator in Reihe. Berechnet werden soll C. Zunächst haben wir gegeben Cosinus Phi 2, 0,9, P gleich 7,8 Watt. Das hatten wir ja hier oben berechnet. U ist 5,67 Volt. Das war der Effektivwert der Gesamtspannung. Und die Frequenz hatten wir mit 50 Hertz berechnet. Außerdem kannten wir Cosinus Phi 1 mit 0,809. Um C zu berechnen, müssen wir also für P die Wirkleistung einsetzen. Das war 7,8 Watt. Für F hatten wir 50 Hertz und für U 5,67 Volt. Für Cosinus Phi 1 setzen wir 0,809 ein. Hier 0,809 zum Quadrat. Hier hatten wir Cosinus Phi 2 zum Quadrat. Das war 0,9 Quadrat. Und Cosinus hoch 4 von Phi 1 ist 0,809 hoch 4. Wir erhalten 706 Mykufarad. Das ist die Kapazität, die erforderlich ist, um den Wirkfaktor von 0,809 auf 0,9 zu verbessern. Oben haben wir eine Parallelschaltung. Durch Zuschalten des Kondensators wird der induktive Blindwiderstand teilweise kompensiert. Also der Cosinus Phi wird verbessert. Zunächst betrachten wir nur diese Schaltung. Wir haben also den Strom I1, der ist der Gesamtstrom, der teilt sich auf in IL, den Blindstrom und den Wirkstrom IR. Hier haben wir den Wirkstrom IR, hier den Blindstrom IL und den Gesamtstrom I1. Der Winkel zwischen dem Gesamtstrom und IR beträgt 51,8 Grad. Also I eilt IR und U um 51,8 Grad nach. Jetzt möchte man möglichst diesen Strom, der in die Schaltung fließt, verringern. Das macht man, indem man einen Kondensator parallel schaltet. Dadurch fließt der Strom IC, der ist entgegensetzt zu IL, durch den Kondensator. Der Strom I2, der dadurch in diese Schaltung fließt, ist deutlich geringer als der Strom I1, der in diese Schaltung ohne Kondensator fließt. Wir können den Winkel auch nochmal messen. Dieser Winkel ist jetzt von 51,8 Grad auf 14,2 Grad gesunken. Und dadurch habe ich eine Verbesserung der Stromaufnahme. Im Fall, dass die Kompensation von dem Kondensator so gut ist, dass der Strom durch den Kondensator genauso groß ist, wie der Strom durch die Spule, dann entsteht folgende Situation. In diesem Fall wäre jetzt I2 und IR gleich groß. Und damit hätten wir eine vollständige Kompensation der induktiven Blindleistung. Manchmal möchte man auch eine Überkompensation haben. Das zeige ich euch auch nochmal. Wenn der Strom durch die Kapazität größer ist, als der Strom durch die Induktivität, entsteht folgende Situation. Und dann habe ich den Phasenwinkel. Auch im Fall der Überkompensation ist der Betrag von I2 deutlich geringer als der von I1. Also der Strom in die Schaltung ist viel kleiner als der Strom, der in diese Schaltung fließt. Und darum geht es auch im nachfolgenden Beispiel. Ein elektrisches Gerät hat folgende technische Daten. Durch Parallelschaltung eines Kondensators soll der Leistungsfaktor auf 0,9 erhöht werden. Berechne die Kapazität des Kondensators. Um wie viel Prozent sinkt dadurch der Gesamtstrom? Zunächst haben wir eine Parallelschaltung von einem Wirkwiderstand und einer Induktivität. Die Spannung ist 230 Volt und die Wirkleistung 3 Kilowatt. Wir kennen Qsinus 4, also den Leistungsfaktor. Nun soll der Leistungsfaktor durch Parallelschaltung eines Kondensators von 0,6 auf 0,9 verbessert werden. Zunächst schauen wir uns dieses Sagerdiagramm an. Wir haben ja erst diese Schaltung. Das heißt den Strom I1, IL und IR. Wir haben also dieses Dreieck mit dem Winkel Phi1. Dieser Winkel Phi1 wird jetzt auf den Winkel Phi2 verkleinert. Und zwar durch Zuschalten dieser Kapazität. Durch die Kapazität fließt aber dieser Strom IC, der entgegengesetzt zu IL ist. Und damit befinden wir uns dann bei dieser Schaltung in diesem oberen Dreieck. Bestehend aus IR, IL minus IC und I2. Tangens Phi2 ist Gegenkathete durch Ankathete. Also IL minus IC durch IR. Wir multiplizieren mit IR und machen einen Seitentausch. Und anschließend stellen wir die Gleichung nach IC um und erhalten IC gleich IL minus IR mal Tangens Phi2. Tangens Phi1 ist Gegenkathete durch Ankathete. Also IL durch IR. Nach IL umgestellt erhalten wir IL gleich IR mal Tangens Phi1. Jetzt ersetzen wir IL mit IR mal Tangens Phi1. Und erhalten diese Gleichung. Da können wir IR ausklammern. Dann erhalten wir IC gleich IR mal Tangens Phi1 minus Tangens Phi2. Wir wollen jetzt den Strom durch den Kondensator berechnen. Wir wissen, die Spannung an dem Kondensator ist der U. Und wenn wir die Spannung durch den kapazitiven Blindwiderstand teilen, erhalten wir IC. Also IC ist U durch XC. Die Wirkleistung berechnet sich mit U mal IR. Nach IR umgestellt haben wir P durch U. Jetzt ersetzen wir IC mit U durch XC und IR mit P durch U. Und erhalten diese Gleichung. XC ist ja der kapazitive Blindwiderstand. Der berechnet sich mit 1 durch 2P mal F mal C. Wir dividieren durch einen Bruch, indem wir mit dem Kehrwert multiplizieren. Wir halten diese Gleichung. Und die können wir nach C umstellen, indem wir durch 2PFU dividieren. Und dann erhalten wir C gleich P mal in Klammern Tangens Phi1 minus Tangens Phi2 durch U² mal 2PF. Jetzt haben wir ja Phi1 noch nicht. Das können wir aber einfach ausrechnen. Wir kennen ja Cosinus von Phi1 gleich 0,6. Wir setzen die Umkehrfunktion hier drauf. Dann haben wir Phi1 gleich Cosinus hoch minus 1 von 0,6. Phi2 erhalten wir entsprechend mit Cosinus hoch minus 1 von 0,9. Wir berechnen C jetzt, indem wir für P 3000 Watt einsetzen, für U 230 Volt, für F 50 Hertz, für Phi1 Cosinus hoch minus 1 von 0,6 und für Phi2 Cosinus hoch minus 1 von 0,9. Dann erhalten wir 153,26 Mykufarad für diesen Kondensator. Wenn wir die Blindleistung komplett kompensieren wollten, dann wäre ja dieser Winkel Phi2,0. Das heißt, dieser Zeiger I2 liegt hier oben. Cosinus von 0 wäre dann 1. Wenn ich Phi2,0 einsetze, entfällt der Tangens Phi2. Und wir erhalten dann diese Gleichung. Also wir könnten auch die Kapazität jetzt mit dieser Formel ausrechnen, wenn wir die Leistung, die Spannung, die Frequenz und den Winkel Phi1 kennen, bzw. Cosinus Phi1. Jetzt sollte ja noch die Stromstärke ausgerechnet werden von I1 und I2 und die Änderung der Strom durch den Wirkwiderstand rechnen wir aus, indem wir die Wirkleistung durch U dividieren. 3000 Watt durch 230 Volt gibt 13,04 Ampere. Damit haben wir Ir. Mit Ir können wir aber über die Winkelfunktion von Cosinus Phi1 auch I1 ausrechnen. Cosinus Phi1 ist Ankathete Ir durch I1. Wir stellen nach I1 um, setzen die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 21,73 Ampere. Cosinus Phi2, das wäre ja dieses Dreieck. Cosinus Phi2 ist Ankathete Ir durch I2. Wir stellen nach I2 um und setzen die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 14,49 Ampere. Fazit. Durch die Verbesserung des Leistungsfaktors von 0,6 auf 0,9 sinkt der Gesamtstrom von 21,73 Ampere auf 14,49 Ampere und damit um 33,3%. Verbesserung des Leistungsfaktors einer induktiven Blindleistung mit einer Reihen- und Parallelschaltung. Wir haben hier die beiden Schaltungen. Die RL-Parallelschaltung wird mit C kompensiert. Und hier haben wir eine RL-Reihenschaltung, die wird mit dieser Kapazität kompensiert. Das war das erste Video zur Verbesserung des Leistungsfaktors. Da hatten wir diese Aufgabe. 230 Volt, 3000 Watt, Cosinus Phi1 0,6 und auf 0,9 sollte verbessert werden. Und dann hatten wir hier diese ganzen Werte berechnet und die Kapazität mit 138 MyF ermittelt. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, hier steht XC und hier steht XC Stern. Die unterscheiden sich auch tatsächlich. Hier habe ich mit der neuen Formel, die ich in diesem Video ja entwickelt habe, gearbeitet und hier mit der alten. Ich klicke das mal hier an, dann sieht man auch hier, dieser Wert wurde anders berechnet als dieser. Wir schauen uns zunächst mal die Grafik an. Da sind die Kapazitäten von der Parallel- und Reihenschaltung über dem Wirkfaktor Cosinus Phi2 aufgetragen. Hier unten kann man das nochmal vergleichen. Wir haben ja hier bei der Reihenschaltung 138 MyF, das haben wir hier auch. Und bei der Parallelschaltung würden wir 153 MyF bekommen. Bei 0,9 sind wir hier, das heißt, die Reihenschaltung hätte hier einen kleineren Wert als die Parallelschaltung. Beide Kurven schneiden sich bei Cosinus Phi 0,875. Wenn ich ein Cosinus Phi2 unterhalb dieses Wertes wähle, würde die Parallelschaltung günstiger sein. Oberhalb ist die Reihenschaltung günstiger bezüglich der Kapazitätsgröße. Ich verändere den Wert auf 1000 Watt, also ein Drittel der Leistung. Und da seht ihr, sind die Kapazitäten hier deutlich kleiner geworden. Vorhin hatten wir bei der Parallelschaltung 153 MyF, jetzt haben wir 51. Und bei der Reihenschaltung hatten wir 138 MyF und jetzt 46. Dann schauen wir uns das mal im amerikanischen Netz an. Das amerikanische Netz hat 110 Volt und 60 Hertz. Wenn ich den Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,9 verbessern möchte, brauche ich in der Parallelschaltung 186 MyF. Vorher hatten wir bei unserem Netz nur 51 MyF und hier wächst der von 46 auf 168 MyF. Also wir brauchen hier deutlich höhere Werte der Kapazitäten als in unserem Netz. Ich wähle nochmal 3000 Watt für das amerikanische Netz. Und da benötigen wir statt 153 in unserem Netz 558 MyF und in unserem Netz waren hier 138, da würden wir jetzt 504 MyF benötigen. Wir gehen wieder in unser Netz, 230 Volt, 50 Hertz und ich ändere jetzt Q-Synos 4.1. Wir hatten ja Q-Synos 4.1 0,6 gehabt, da wähle ich jetzt 0,5. Und schaut euch jetzt mal die Kurven an. Ihr seht, der Schnittpunkt ist in die Nähe von Q-Synos 4.2 0,75 gerückt. Dadurch, dass wir natürlich jetzt von 0,5 auf 0,9 verbessern, brauchen wir auch eine höhere Kapazität. Und zwar hatten wir vorher 153, da haben wir jetzt 225 und hier hatten wir vorher 138, das wäre 139. Hier sieht man, dass die Reihenschaltung bereits auch schon bei relativ geringem Q-Synos 4, also 0,775, würde die Reihenschaltung schon geringere Kapazitäten benötigen als die Parallelschaltung. Wenn wir von 0,4 beginnen, Q-Synos 4, 0,4, dann schneiden sich die Kurven bereits hier und ab hier würde die Reihenschaltung immer geringere Kapazitäten zur Kompensation als die Parallelschaltung benötigen. Bei 1000 Watt sehen die Kurven so aus. Ich denke, dieser Zusammenhang ist schon sehr interessant und durch die mathematischen Animationen auch anschaulich darstellbar. Danke fürs Zuschauen.